So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO und wir haben eine kleine News-Folge für euch vorbereitet, denn wir wissen ja, am Dienstag wechselt eigentlich der Raid-Boss von Giradina auf Schlingking. Am Mittwoch müsste eigentlich das Event Gierige Gesellen anfangen ab 10 Uhr. Also, jetzt gibt es News zu Gierige Gesellen, dem Event, dem Raid-Boss-Wechsel und auch zur Team-Go-Rocket-Übernahme, die ihr eine Woche später ab Montag dann erleben könnt. Was mich nur ein bisschen verwirrt, weil aus dieser News kann man gar nicht erkennen, dass das Event ja eigentlich am Mittwoch losgeht, sondern man denkt, das geht am Dienstag los, wo also auch der Raid-Boss-Wechsel ist. War das jetzt eine Fehlinfo? Ist das jetzt trotzdem so oder startet das Event jetzt trotzdem am Dienstag? Also eigentlich war ja immer, wenn ein Raid-Boss-Wechsel war, hat auch in dem Moment ein Event begonnen. Ich bin jetzt gerade nicht... Ich habe mir das so eingetragen, dass das Event am Mittwoch losgehen sollte, aber der Raid-Boss-Wechsel ist halt am Dienstag. Aber wir haben hier ein schönes Video für euch vorbereitet, das lassen wir ganz kurz mal durchlaufen und dann sagen wir euch alle Infos, die hier auf der Seite stehen. So, 11, 8. Das heißt, 8. 11. Also 8. November. Ich finde das Video wieder mal sehr genial gemacht. Das ist einfach nur ganz kurz, einfach nur zack, bam, Schlinking kommt in unsere Welt. Das ist wie so ein Found-Footage-Film, wie bei Rack gefilmt, wie bei der Blair Witch-Hexe, wie bei allen anderen Sachen. Das wirkt alles immer so sehr horrorlastig, aber genau deswegen feiere ich das. Gierige Gesellen und eine Team-Go-Rocket-Übernahme sorgen im November für reichlich Abenteuer im Pokémon GO. Trainer. Ihr habt hoffentlich genauso viel Appetit auf das Event Gierige Gesellen, wie die heißhungrigen Pokémon Schwergewichte, die bei diesem Event erscheinen. Darunter Schlurp, Relaxo und Mega-Garados. Wo wir es gerade von Hunger haben, die Ultra-Bestie Schlinking dringt auf der ganzen Welt aus Ultra-Pforten hervor. Hannes ist ja bis Mittwoch noch bei mir. Das heißt, wir werden am Dienstag zusammen einen Community-Raid veranstalten vor Ort an der Arena. Hannes mit dabei im Video. Werden wieder 10 Leute einladen mit zu dem Raid zur Begrüßung. Schlinking sollte man angeblich auch alleine im Solo bezwingen können, wenn man Feen-Pokémon und Feen-Condor hat. Wir werden natürlich aber zusammen machen mit euch und eurer Hilfe. Ich finde das Pokémon eigentlich cool vom Design her. Mal gucken, ob das groß und wuchtig aussieht. Ansonsten habe ich natürlich mega Bock. Würde da gerne auch eigentlich gleich einen Lucky-Trade machen. Vielleicht nehme ich einen Account, wo ich mit mir selbst Lucky-Friend bin. Fang ein Schlinking und tue das dann direkt im Community-Raid-Video noch mit einbauen. Das wäre auf jeden Fall cool. Vielleicht kommt ja ein Hunder dabei raus. Uns ist auch zu Ohren gekommen, dass Team-Go-Rocket bei diesem Event sein eigenes Süppchen kocht. Ihr müsst mit neuen Krypto-Pokémon rechnen. Bleibt wachsam. Trainer, gierige Gesellen von Mittwoch. Es steht ja doch Mittwoch. Also das Event startet am Mittwoch, den 9. November bis Donnerstag, den 17. November. 9. November 10 Uhr, 17. November 20 Uhr. Schlinking erscheint. Das Gaumen-Folder-Pokémon Schlinking erscheint zum ersten Mal im Pokémon Go. Ihr könnt es von Dienstag, den 8. November bis Mittwoch, den 23. November in Raid-Kämpfen der Stufe 5 herausfordern. Also Schlinking kommt am Dienstag. Das Event startet aber erst am Mittwoch. Das Event endet am 17. November. Schlinking bleibt aber bis zum 23. November. Ich werde es wieder ruhig angehen lassen. Jeden Tag meine zwei Raid-Pässe für Schlinking raushauen. Am Mittwoch in den Raid-Stunden lasse ich mich einladen. Von 18 bis 19 Uhr nehmen jeden Raid an. Aber werde sonst darüber hinaus keine weiteren Raids machen, weil es kann noch nicht Shiny sein und ist auch jetzt nicht unbedingt so das heftige Pokémon. Event Boni. Die ersten drei Eier, die während des Events über das Widget für Pokémon-Eier ausgebrütet werden, schlüpfen doppelt so schnell. Das Widget ist auf iOS und Android-Geräten verfügbar. Wilde Pokémon. Alola Radfratz. Shiny. Alola Radikal. Golbert. Quiekel. Shiny. Pelippa. Schlupuk. Bidiza. Shiny. Bidifas. Raffel. Mit etwas Glück begegnen die auch folgenden Pokémon. Schlurb. Shiny. Relaxo. Shiny. Schluckweg. Aus dieser Auswahl ergibt sich für mich auf jeden Fall sehr interessant. Quiekel. Wegen, Keifel, Mammutel. Ist ein sehr nützliches, starkes Pokémon vom Typ Eis. Ich würde also Quiekel-Bomboms farmen an eurer Stelle. Und wer noch keinen Schlurb hat, vielleicht da noch auf Shiny Schlurbjagd gehen oder noch ein schönes Shiny Relaxo mitnehmen oder mal ein Relaxo hochzüchten. Relaxo findet trotzdem auch sein Anwendungsgebiet in der Go Battle League. Viele spielen da trotzdem ab und zu mal Relaxo. Ist ein Tank. Steckt viel ein. Kann mit seinen Geist Quick Moves trotzdem aber auch ein bisschen Schaden machen. Also, boah. Ansonsten weiß ich nicht. Für mich also Quiekel und Relaxo die Haupt-Pokémon, die hier herausstechen bei den wilden Pokémon. Raid-Kämpfe. Ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht am Donnerstag irgendeinen speziellen Raids für Zuschauer-Stream machen können. Wir sollten mal Schadrago-Raids machen, hieß es. Jetzt sehe ich, Schadrago ist natürlich am Donnerstag gar nicht mehr da. Denn wir haben in Raids der Stufe 1 Mankey, Quiekel, Spoink und Floink. Alle können Shiny sein, aber... Ja, Floink hatte C-Day. Quiekel hatte C-Day. Mankey ist zu diversen Kampfevents schon so oft da gewesen. Spoink auch am Neujahrsevent hin und her. Ja, das ist jetzt alles nicht so interessant. Quiekel, das beste Pokémon hiervon, aber kann eben auch wild erscheinen. Also sollte man eigentlich keine Einer-Raids machen. Raids der Stufe 3. Relaxo. Shiny. Flunkiefer. Shiny. Schluckweg und Dohaido. Relaxo kann ja auch wild erscheinen. Sollte man auch keine Dreier-Raids machen. Und wer sagt, er braucht noch einen Flunkiefer, würde ich empfehlen. Wartet doch einfach, bis Mega-Flunkiefer in die Raids kommen. Denn dann könnt ihr nicht nur Bonbons hunten, das Hunderter suchen, das Shiny suchen, sondern auch gleichzeitig Mega-Energie bekommen. Als wenn ihr jetzt 1000 Raids macht für das Shiny Flunkiefer und dann, wenn Mega-Flunkiefer kommt, nochmal raidet für Mega-Energie von Mega-Flunkiefer. Also müsste auch hier nichts überstürzen. Für mich auch hier eigentlich uninteressant. Raids der Stufe 5. Schlinking ist neu da. Das ist ein Pokedex-Eintrag. Kann nicht shiny sein. Die meisten werden also 1, 2 Raids machen und dann ist das Ding auch wieder fertig. Mega-Raids, Mega-Garados ist auf jeden Fall in Shiny möglich. Ist ein sehr starkes, geniales Pokémon, aber hatte ja eigentlich erst den Mega-Garados-Raid-Day, wo man eine extrem erhöhte Shiny-Rate hatte, eine Shiny-Chance hatte. Und was auch ewig schon lange im Spiel ist, auch über Carbador und Garados sonst was als Event-Spawn, wild erhältlich. Ist jetzt vielleicht auch nicht so interessant für die meisten Leute. Das heißt, das Event ist eigentlich sehr ruhig und, ich möchte nicht sagen langweilig, denn wir haben noch andere Leckerbissen für euch vorbereitet. Das sieht man, wenn wir auf die Eier gucken. Eier! Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 7 Kilometer Eiern. Übrigens könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Mamfaxo in Pokémon GO begegnen. Wir haben Kegugi, Shiny, Kaumalad, Shiny, Mamfaxo, Shiny. Es gab so viele Events, wo Mamfaxo aus den Eiern kam, als Baby-Pokémon mit anderen Baby-Pokémon zusammen. Jetzt schlüpft es auch und kann das erste Mal Shiny sein. Ihr könnt es nicht aus Raids bekommen, nicht wild, nicht aus Feldforschungen. Ihr müsst Mamfaxo brüten. Das wird sicherlich einige Leute wieder ärgern. Andere Leute werden sagen, ach mir ist scheißegal. Ich brüte sowieso immer 7 Kilometer Eier. Aber da bist du wieder auf Freunde angewiesen. Die müssen wieder Geschenke schicken. Diese Geschenke, die du öffnest, müssen auch erstmal ein Ei abwerfen. Du kannst 30 Geschenke am Tag öffnen. Aus diesen 30 Geschenken kriegst du, wenn du Pech hast, vielleicht sogar nur 10 Eier raus. In diesen 10 Eiern muss dann erstmal überhaupt Mamfaxo drin sein. Und dieses Mamfaxo muss dann überhaupt auch noch Shiny sein. Also das ist alles schon nicht so einfach. Trotzdem das erste Mal Mamfaxo Shiny hier. Dann Pokémon bei Feldforschungen. Wobei, Flauschling, Kegugi. Alle, die Shiny sein können. Es wird wieder eine befristete Forschung geben. Bei der man am Ende auch goldene Himi-Bären, silberne Sanana-Bären und einem Relaxo begegnet. Und dann haben wir noch ein Artikel zur Go-Rocket-Übernahme. Am Montag, dem 14. November. Bis Donnerstag, den 17. November. wird es Krypto-Mewtwo wieder geben. Jeder, der noch einen alten Rocket-Radar hat und nicht sich zwei Krypto-Latios geholt hat, sollte also den zweiten Rocket-Radar aufheben. Aus der Forschung sich ein Krypto-Mewtwo holen. Und dann die neue Forschung angehen für das Krypto-Mewtwo. Und auch hier Krypto-Mewtwo holen. Denn egal, was noch kommt, Krypto-Mewtwo wird wohl einfach das beste, stärkste, krasseste Pokémon sein. Der kann immerhin seine Attacken mit Eis, Elektro und Feuer ausstatten. Wo er ein Allrounder ist, der überall richtig mega Schaden macht. Als Pokémon mit dem stärksten Angriffswert. Plus dem Krypto-Bonus sowieso nochmal stärker. Und wenn ihr dann dem Ganzen eigentlich noch Spukball gebt oder Psycho-Stoß, ist das auf jeden Fall eine heftige Sache. Also Krypto-Mewtwo ist wohl der Leckerbissen, den alle Leute haben wollen. Ich würde also, wenn ihr noch einen Pass habt, also aus der Forschung noch einen Rocket-Radar, würde ich den jetzt einsetzen für Krypto-Mewtwo. Ich habe leider aus Versehen meinen Freien, den ich die ganze Zeit aus der alten Forschung rumgezerrt habe, für ein zweites Krypto-Latios ausgegeben. Sonst hätte ich mir jetzt natürlich einen Mewtwo geholt, neue Forschung angefangen und das zweite Krypto-Mewtwo geholt. Ich habe zwei ältere Krypto-Mewtwo noch, die habe ich beide auf Level 50 gepusht. Hätte ich jetzt nochmal zwei bekommen, so bekomme ich leider nur eins. Krypto-Mewtwo also. Also, die Spezialforschung kann bis zum Ende der Jahreszeit des Lichts abgeholt werden, also bis zum 1. Dezember. Also bis dahin ist auf jeden Fall Krypto-Mewtwo sowieso drin. Weitere Krypto-Pokémon. Denn auch die Anführer, Cliff, Sierra und Alu, setzen andere Pokémon ein. Oder auch die Rüpel. Ihr seht hier zum Beispiel Krypto-Alola-Dicta, Krypto-Onix, Krypto-Natu, Krypto-Walmar, Krypto-Golbit. Da wird wieder durchgewechselt und gleichzeitig erscheinen auch die Rocket-Ballons, die Rocket-Rübel häufiger an den Stops und ihr könnt Frustration verlernen. Darauf freuen sich sowieso die meisten Leute immer und sagen, ja, Frustration muss weg, wann kommt mal wieder ein Event? Und ab Montag, dem 14. November, könnt ihr Frustration verlernen. Macht das bei all euren Pokémon, die ihr bisher gesammelt habt, die Frustration haben, die ihr mit gutem IV habt, die ihr noch stärker machen wollt. Gleichzeitig tut sich auch was bei den 12 Kilometer Eiern. Da ist jetzt drin Lavitar, Absol, Pionscora, alles kann shiny sein, war bisher auch so, Zuru-Kicks, Garno-Will war drin, bleibt weiterhin drin, Pam-Pam-Algit bleibt drin, weiterhin, Kapunus-Galük, shiny, weiterhin drin, Molung, bleibt drin, weiterhin drin, Gladiandri bleibt weiterhin drin, aber, kann auch das allererste Mal jetzt als shiny angetroffen werden, aber eben nur aus den 12 Kilometer Eiern. Es wird eine Feldforschungsaufgabe verfügbar sein, für die ihr ein mysteriöses Teil bekommt. Also, das heißt, was gibt es eigentlich Neues im Event? Das Event ist jetzt an sich nicht so spektakulär, gierige Gesellen. Die Raids werden wahrscheinlich niemanden vom Hocker hauen. Spannend, also Quiekel in der Wildnis, Schlinking, nimmt man mal mit, als Pokedex-Eintrag. Ansonsten für mich sehr interessant, was werdet ihr raiden im Event? und Mamfaxo Shiny neu 7 Kilometer Eier plus ab Montag dann Shiny Gladiandri aus den 12 Kilometer Eiern. Das war alles. Was sind eure Favoriten? Ich würde vielleicht ein bisschen mit den kleinen Accounts auf 7 Kilometer Eier Jagd gehen. Mit dem großen Account auf Gladiandri Jagd gehen die kleinen die 7, der große die 12er. Ansonsten Schlinking Raids machen mit den freien Pässen. Aber wird ein ruhiger sparsamer Monat. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, 4 Haut. Euer Ramses und euer Hannes. Gute Hannes schläft. Da kann ich jetzt auch nichts ändern. Ciao.